Der Südwestrundfunk ist eine Landesrundfunkanstalt mit drei Hauptstandorten in Baden-Baden, Mainz und Stuttgart, wobei letzterer als Verwaltungssitz dient. Das 1998 gegründete Medienunternehmen ist die zweitgrößte Rundfunkanstalt der ARD nach dem WDR und als Anstalt des öffentlichen Rechts für die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zuständig. Geschichte Der SWR wurde zum 1. Januar 1998 zunächst als Neugründung durch die beiden Bundesländer geschaffen. Am 30. August 1998 übernahm er den Sendebetrieb von SDR und SWF. Nach einer einmonatigen Abwicklungsphase wurde der SWR am 1. Oktober auch Rechtsnachfolger seiner Vorgänger anstalten. Diesen Weg hatten die Landesregierungen einer bloßen Zusammenführung zweier Anstalten, wie sie etwa 2003 bei der Fusion von SFB und Orb zum RBB praktiziert wurde, vorgezogen. Der Staatsvertrag über den Südwestrundfunk war bereits am 31. Mai 1997 unterzeichnet worden. Im Staatsvertrag sind die Pflicht zur Objektivität und Pluralität seiner Berichterstattung sowie der kulturelle Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verankert. Intendant des Senders wurde 1998 der bis zu diesem Zeitpunkt amtierende Intendant des SWF. Peter Voss. Am 1. Dezember 2006 wurde der bisherige Verwaltungsdirektor Peter Butkus zum Intendanten gewählt. Er hat das Amt am 1. Mai 2007 angetreten. Der Weg zur Fusion durch die Fusion wurde der südwestdeutsche Rundfunksonderfall beendet. Bis 1998 hatte Baden-Württemberg als einziges deutsches Bundesland zwei verschiedene Landesrundfunkanstalten für den nördlichen und südlichen Landesteil, von denen eine zusätzlich noch für ein anderes Bundesland zuständig war. Dieser Sonderfall war historisch begründet. Der SWF war nach dem Zweiten Weltkrieg als Sender für die französische Besatzungszone mit den Ländern Baden-Württemberg-Hohen-Sollern und Rheinland-Pfalz gegründet worden. Der SDR für das Land Württemberg-Baden in der amerikanischen Besatzungszone. 1952 schlossen sich die Länder Baden-Württemberg-Hohen-Sollern und Württemberg-Baden zum neuen Bundesland Baden-Württemberg zusammen, ohne dabei die Rundfunkzuständigkeit zu verändern. Während beide Anstalten beim Fernsehen und ab 1968 auch bei den Kultur-Hörfunkprogrammen von Anfang an eng kooperierten, beschränkte sich die Kooperation im übrigen Hörfunk auf einzelne Gemeinschaftssendungen, unterschiedliche Unternehmenskulturen und Programmphilosophien sowie der Umstand, dass in einem Großteil Baden-Württemberg sowohl die Programme des SWF als auch die des SDR empfangbar waren und genutzt wurden, führten zu einer Konkurrenz der beiden Anstalten und einem bisweilen offenen Werben um Fremd-Hörer. Besonders ausgeprägt war das Konkurrenzverhältnis zwischen den Machern und Hörern der beiden Popwellen SWF 3 und SDR 3. Bereits seit den 1970er Jahren wurden verschiedene Szenarien für eine Neuordnung des Rundfunks im Südwesten diskutiert. Dabei standen vor allem zwei Modelle im Vordergrund, zum einen die Fusion von SDR, SWF und SEL zu einer Dreiländeranstalt nach Vorbild des Norddeutschen Rundfunks, zum anderen die Auflösung des Südwestfunks mit der Erweiterung der SDR-Zuständigkeit auf ganz Baden-Württemberg und der des SR um Rheinland-Pfalz. Da es gegen jedes dieser beiden Modelle erhebliche Widerstände gab, den einen war eine Dreiländeranstalt zu groß, den anderen eine Rundfunkanstalt nur für Rheinland-Pfalz und das Saarland zu klein, wurde der Status quo beibehalten. 1988 startete der damalige baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth eine erste Initiative zur Fusion von SDR und SWF ohne Beteiligung des Saarlands. Zwar scheiterte dieser Ansatz, jedoch wurden SDR und SWF 1991 zur Fusion ihrer beiden Kulturprogramme und zur Schaffung eines gemeinsamen vierten Hörfunkprogramms für Baden-Württemberg verpflichtet. Die Kooperation mit dem SR im Hörfunkbereich wurde einseitig aufgekündigt, im Fernsehbereich aber fortgesetzt. 1997 startete das gemeinsam veranstaltete, zunächst aber nur im Digitalradio DAP verbreitete Jugendradio-Programm der SDI-NG. Nach den Landtagswahlen 1996 starteten beide Intendanten und beide Ministerpräsidenten eine neue Fusionsinitiative, die 1997 in den Staatsvertrag über den Südwestrundfunk mündete. Besonders im SDR-Sendegebiet und im SDR selbst wurde der Staatsvertrag vielfältig kritisiert, da man ihn als feindliche Übernahme des SDR durch den SWF interpretierte. Tatsächlich wurden nach der Fusion die meisten Zentraleinrichtungen der Anstalt in der ehemaligen SWF-Zentrale in Baden-Baden konzentriert, die meisten Leitungsposten mit ehemaligem SWF-Personal besetzt. Die neuen Hörfunkprogramme des SWR orientierten sich deutlich stärker an den ehemaligen des SWF als an den des SDR. Seit der Fusion Durch die Fusion wurden zwei Landessender im SWR mit weitreichenden Befugnissen und eigenen Strukturen eingerichtet. Fachredaktionen, vor allem des SDR, wurden abgebaut, dafür zahlreiche Korrespondentenbüros im Sendegebiet neu eröffnet. Entsprechend wurden sowohl im Hörfunk- wie im Fernsehen themenspezifische Fachsendungen verringert und die regionale Berichterstattung verstärkt. Im Jahr 2000 durfte der SWR UKW Frequenzen für sein Jugendprogramm der SDI-NG in Betrieb nehmen, was ihm bis dahin untersagt war. 2002 startete der SWR sein Informationsprogramm SWR-Kontra. 2005 übernahm der SWR vom RBB die Zuständigkeit für das digitale Fernsehprogramm 1+. Zwischen 2006 und 2008 stellte der SWR den terrestrischen Fernsehsendebetrieb von der alten Analog-Nompell zum neuen Digitalstandard DVB-T um. 2011 startete der SWR mit der Ausstrahlung seiner Hörfunkprogramme im Digitalstandard DAB+. Am 9. Januar 2012 wurde SWR-Kontra durch SWR-Info ersetzt. Seit dem 30. April 2012 ist das SWR-Fernsehen im hochauflösenden HDTV über Satellit empfangbar. Das analoge Satellitensignal wurde abgeschaltet. 2007 löste Peter Butgust Peter Voss als Intendanten. Ab 2011 wurde Butgust wiedergewählt. Seit dem Amtsantritt Butgust fährt der SWR einen konsequenten Sparkurs. So wurde für das Kulturprogramm SWR 2 bis 2020 eine Kürzung des Etats um ein Viertel gegenüber 2010 angekündigt. Kritik Im September 2013 veröffentlichte die Otto-Brenner-Stiftung eine Studie, welche die Fernsehprogramme des SWR und des NDR untersuchte. Im Vorwort der Studie, das vom Geschäftsführer der OBS verfasst wurde, wird die Behauptung aufgestellt, dass diese eine Boulevardisierung der Rundfunkanstalten feststelle, welche ein Ausmaß erreicht, das in etwa dem der privaten Konkurrenz entspreche. So werde etwa der Sendebetrieb nur durch hohe Wiederholungsraten aufrecht erhalten, während die Informationsanteile tatsächlich deutlich niedriger als angegeben ausfielen. SWR und NDR kritisierten diese Darstellung. Die Bewertungen im Vorwort der Otto-Brenner-Studie hätten keine Belege in der von Joachim Trebbe verfassten Studie selbst. Die Stiftung wies dagegen in einer Pressemitteilung den Vorwurf einer einseitigen Interpretation zurück. Im Januar 2016 hatte sich der SWR zeitweilig entschieden, in der angesetzten Elefantenrunde auf eine Teilnahme kleinerer Parteien zu verzichten, nachdem seitens SPD und Grüne eine Nicht-Teilnahme angekündigt wurde, sofern auch die Spitzenkandidaten der AfD eingeladen werden. Der SWR reduzierte seine Elefantenrunde daher auf Parteien mit Sitzen im Landesparlament. Dadurch wurde neben der AfD auch die Linke und die FDP ausgeladen. CDU-Spitzenkandidatin Julia Klöckner wollte daher nicht in der Elefantenrunde erscheinen. Laut eigenen Angaben des SWR entschlossen sich nach einem Appell des SWR-Intendanten Peter Butgust alle Parteien, an dem ursprünglich geplanten Format teilzunehmen. Organisation und Finanzen Sitz von Intendanz, Verwaltungsdirektion und Landessender Direktion Baden-Württemberg ist Stuttgart. Die Fernseh- und Hörfunkdirektion sowie die Direktion Technik und Produktion sind in Baden-Baden angesiedelt, und das Justiziariat und die Landessender Direktion Rheinland-Pfalz befinden sich in Mainz. Dem Intendanten unterstellt sind sieben Direktoren, die für folgende Aufgabengebiete Verantwortung tragen. Jan Büttner, Verwaltung, Christoph Hauser, Fernsehen, Gerold H.U.G. Hörfunk, Stefanie Schneider, Landessender Baden-Württemberg, Simone Schilberg, Landessender Rheinland-Pfalz, Hermann Eicher, Justiziariat, Michael Eberhard, Technik und Produktion. Der SWR wies ab dem Jahr 2006 insgesamt rund 3.650 Mitarbeiterplanstellen aus. Dazu kommt eine nicht bezifferte Zahl freier Mitarbeiter ohne Planstelle. Die Gesamterträge des SWR aus dem Rundfunkbeitrag inklusive der Rückflüsse aus dem Anteil der Landesmedienanstalten am Rundfunkbeitrag beliefen sich 2014 auf 1,069 Milliarden Euro. Der gesamte Personallaufwand des SWR inklusive Altersversorgungsaufwendungen lag 2014 bei 503,537 Millionen Euro. Das Bruttogehalt des Intendanten betrug im Jahr 2013 rund 309.000 Euro. Rundfunk- und Verwaltungsrat Der SWR wird vom SWR-Rundfunkrat kontrolliert, dessen Zusammensetzung aus Vertretern gesellschaftlich und politisch relevanter Interessensvertretungen der beiden Bundesländer durch den Staatsvertrag geregelt ist. Aus seiner Mitte wählt der Rundfunkrat nach genau festgelegten Kriterien den Verwaltungsrat, dessen Aufgaben ebenfalls im Staatsvertrag geregelt sind. Standorte Während die Landesprogramme SWR 1 und SWR 4 größtenteils in Stuttgart und Mainz produziert werden, entstehen die länderübergreifenden Programme SWR 2, SWR 3, DASD ING und SWR Info in Baden-Baden. Hier sind auch die TV-Redaktionen für Kultur und Unterhaltung sowie die Direktion Technik und Produktion ansässig. Neben landesbezogenen Redaktionen nehmen das Funkhaus Stuttgart mit dem Sitz des Intendanten und der Sportredaktion sowie das Funkhaus Mainz mit dem Justiziariat und der Online-Redaktion aber auch länderübergreifende Aufgaben wahr. Die Kinderhilfsaktion Herzenssache mit Sitz im SWR Funkhaus Mainz ist die offizielle Spenden- und Mitmachaktion von SWR, Saarländischem Rundfunk und Sparda Bank, die hilfsbedürftige Kinder in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland unterstützt. Der SWR unterhält neben den drei Funkhäusern in Stuttgart, Mainz und Baden-Baden noch baden-württembergische Studios in Freiburg im Breisgau, Heilbronn, Karlsruhe, Tübingen und Ulm, Rheinland-Pfälzische Studios in Mainz, Mannheim, Ludwigshafen, Kaiserslautern, Koblenz, Trier. Außerdem berichten für den SWR zwei Fernsehkorrespondenten und acht Hörfunkkorrespondenten aus Berlin sowie ein Hörfunkkorrespondent aus Bonn. Programme, der SWR veranstaltet ein gemeinsames Fernsehprogramm für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und acht Hörfunkprogramme. Flaggschiffe des SWR Fernsehen sind die beiden Landesschauern für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Insgesamt machen Landesinhalte 30% des Fernsehprogramms aus. 70% stammen aus dem gemeinsamen Mantelprogramm aus Baden-Baden. Dieser gemeinsame Mantel wird auch vom SR Fernsehen des saarländischen Rundfunks übernommen, der dafür einzelne Sendungen zum Mantel beiträgt. Daneben produziert der SWR federführend für ARD digital das Fernsehprogramm 1+. Außerdem ist der SWR über die ARD an weiteren Gemeinschaftsfernsehprogrammen beteiligt. Über sein DVB-T-Angebot verbreitet er in seinem Sendegebiet zusätzlich zu seinen eigenen und den Kooperationsprogrammen die dritten Fernsehprogramme, von BR, Herr und WDR. Im Hörfunk produzierte SWR jeweils zwei Landeshörfunkprogramme für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, jeweils eine Ausgabe von SWR 1, einem Hörfunkprogramm, das vor allem Oldies und softere Popmusik spielt, und eine Ausgabe von SWR 4, das überwiegend Schlagermusik spielt. Auf beiden SWR 4-Programmen laufen regionale Programmfenster. Für das Abend- und Nachtprogramm werden jeweils die beiden Landesprogramme von SWR 1 einerseits und SWR 4 andererseits zusammengeschaltet. Daneben produziert der SWR 4 über regionale Programme. Das Kulturprogramm SWR 2, das Popradio SWR 3, die Jugendwelle der SDING und das Nachrichtenradio SWR Info. Im Internet verbreitet der SWR neben seinen acht Hauptprogrammen verschiedene Audio-Streams, die aus automatisierten Wiederholungen einzelner Hörfunksendungen bestehen. Prominentestes Angebot hierbei ist das SWR 2 Archiv Radio Sendeanlagen. Der SWR betreibt wie die meisten westdeutschen ARD-Anstalten ein eigenes Sendernetz zur Verbreitung seiner Hörfunk- und Fernsehprogramme. Über dieses werden von einzelnen Standorten auch private Rundfunkprogramme abgestrahlt. Daneben nutzen häufig auch andere Betreiber von Funkdiensten wie Mobilfunkanbieter oder Behörden die Sendeanlagen des SWR mit. Daneben nutzt der SWR weitere Sendeanlagen, die von dem privaten Unternehmen Media Broadcast betrieben werden. Aus Spargründen wurden mit dem Sendestart von SWR Info die Mittelwellensender des SWR abgeschaltet, auf denen bis zum 8. Januar 2012 die K-Sekundenprogramm SWR-Kontra übertragen wurde. Der Südwestrundfunk begründet die Abschaltung mit dem Stromverbrauch, der bei einem Mittelwellensender viel höher sei als bei einem Digitalradiosendeturm. Durch die Abschaltung der Mittelwelle verringert sich die technische Reichweite des Senders, da die Digitalradiosender noch nicht ganz Südwestdeutschland abdecken. Außerdem können alte Radiogeräte den Sender nicht mehr empfangen. Orchester und Chöre Der SWR beschäftigt in drei Landesrundfunkorchestern rund 300 Musiker. Der SWR finanziert und unterhält fünf eigene Formationen sowie ein sechstes in Kooperation. Dies sind die beiden Sinfonieorchester, die der SWR von seinen beiden Vorgängeranstalten übernommen hat. Das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg des SWF und das Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR des SCR. Diese beiden Orchester sollen ab 2016 am Standort Stuttgart fusioniert werden. Während das SWF Sinfonieorchester vor allem durch Interpretationen der neuen Musik und die Donau-Eschinger-Musiktage bekannt geworden war, machte sich das SDR Sinfonieorchester durch die Schwetzinger Festspiele einen Namen. Chef-Dirigenten des Baden-Badener Orchesters waren unter anderem Hans Rosbaut, Ernest Buhr und Michael Gielen. Beim Stuttgarter Padar gehören Hans Müller-Krey und Sergio Silubi-Dache zu den prägenden Leitern. Vom SDR hat der SWR zwei weitere Klangkörper übernommen. Der frühere Südfunkchor Stuttgart tritt heute als SWR-Vokal-Osssemble Stuttgart auf und das Südfunk-Tanzorchester, das lange Jahre von Erwin Lehn geleitet wurde, firmiert heute als SWR-Big Band. Vom SWF hingegen stammt das 1970 von Heinrich Stroblke gegründete Experimentalstudio des SWR, ein wichtiges Zentrum für neue und experimentelle Musik. Die deutsche Radio-Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern entstand 2007 aus der Fusion des 1951 von Emmerich Smoller gegründeten SWR, Rundfunkorchesters Kaiserslautern, welches für niveauvolle Unterhaltungsmusik und leichte Klassik bekannt war, mit dem SR-Rundfunksinfonieorchesters Saarbrücken, und wird seitdem gemeinsam von SR und SWR geführt. Daneben betreiben Redakteure und Moderatoren verschiedener SWR-Hörfunkwellen in offizielle Bands. Die SWR1-Band ist eine Cover-Band im SWR1-Musikformat und erste Radioband des SWR, in der SWR1-Moderatoren und Musikredakteure spielen, unter anderem Matthias Holtmann, Hans-Peter Zachary, Stefan Randecker und Frieda Berlin. Als Sänger treten die SWR1-Jingle-Sänger Moman und Britta Midei Ross auf. Ebenfalls eine Cover-Band ist die SWR3-Band, in der mehrere SWR3-Moderatoren, unter anderem Stefanie Tücking, Michael Splitt und Jan Garcia, spielen. Dies trifft auch auf die SWR4-Band zu, in der mehrere Moderatoren und Redakteure von SWR4-Baden-Württemberg mitwirken. Unter anderem sind dies Rainer Nitschke, Sabine Petrich und Tichiner Waffen. Zur Grundbesetzung gehören Ferner Rolfe, Dieter Fröschelin, Wolfgang Gutmann, Helmut Link, Karl-Heinz Link und Peter Schönfeld Aufgaben in der ARD. Der SWR hat die Federführung für die Koordination der beiden Gemeinschaftsprogramme 3SAT und ARTE sowie den ARD-Internetauftritt ARD. Die Sitz der ARTE Deutschland TV GmbH ist Baden-Baden, Sitz von ARD. Die ist in Mainz. Ebenfalls liegt die Federführung des Digitalkanals 1 Plus beim SWR. Der SWR unterhält im Rahmen der ARD Auslandsberichterstattung folgende Auslandsstudios. Hörfunk Brüssel, Sabine Hackländer, Zürich, Hans-Jürgen Maurus, Istanbul, Teheran, Reinhard Baumgarten und Thomas Bormann, Johannesburg, Jan-Philippe Schlüter, Kairo, Hans-Michael Lehael und Peter Steffe, London, Dr. Gabi Biesinger, Los Angeles, Wolfgang Stuflesser, Shanghai, Markus Rimle, Washington, Sabrina Fritz, ehemalig, Paris, Evi Seibert, Fernsehen, Rio de Janeiro. Michael Stocks, Genf, Daniel Hechler, Johannesburg, Uli Neuhoff, Kairo, Thomas Adas, Volker Schwenk, Madrid, Stefan Schaaf, Mexiko-Stadt Peter Sonnenberg, ehemalig, Straßburg, Sibylle Müller. Tochtergesellschaften des SWR. Zur SWR Holding GmbH, die die unternehmerische Führung und geschäftsleitende Verwaltung übernimmt, gehören folgende Unternehmen. Bavaria Film GmbH, Film- und Fernsehproduktionsunternehmen, der Audio Verlag GmbH, Produktion und Vertrieb von Tonträgern, Fernsehturm Betriebs GmbH, Betrieb der Aussichtsplattform und Gaststätte des Stuttgarter Fernsehturms, Haus des Dokumentarfilms e. V, Verein zur wissenschaftlichen Beschäftigung mit Dokumentarfilmen, Maran Film GmbH, Filmproduktionsunternehmen, Popakademie Baden-Württemberg GmbH. Der SWR ist Gründungsgesellschafter der Ersten Deutschen Popakademie in Mannheim, Schwetzinger SWR Festspiele GmbH, Veranstalter der seit 1952 jährlich stattfindenden Festspiele, Südfunkwirtschaftsbetriebe GmbH, Verpachtung des Parkhotels Stuttgart, SWR Media Services GmbH GB, Werbung und Sponsoring in den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des SWR, Telepool GmbH, Internationaler Vertrieb von Produktionen des SWR und anderer öffentlich-rechtlicher Anstalten, TR Verlagsunion GmbH, Verlagssendungsbegleitender Materialien.